Du schickst dir eine Aubergine Als Zeichen deiner Liebe Du fandest dich sehr nett Doch der Chat ist plötzlich weg Weil das bisher nicht so klappt Haben wir uns grad gefragt Kann man dir helfen aus der Not? Premium Account im Angebot Sag mir wie du heißt und ich sag dir wann du scheißt Wen du dann auf Tinder likst und dass sie sehr gerne reist Das ist alles sehr intim Doch du musst auch uns verstehen Würden wir's nicht weitergeben Würden wir nicht überleben Du wolltest Sonntag früh ins Berghain Zwei Stunden Schlange, du kommst nicht rein Mittwoch warst du dann beim Arzt Zum siebten Mal in diesem Jahr Du hast ein Fahrrad und kein Auto Quanto-Heiklers-Pose-Ghetto Pinke Docks findest du krass Unsere Werbepartner mögen das Sag mir wie du heißt und ich sag dir wann du scheißt Wen du dann auf Tinder likst und dass sie sehr gerne reist Das ist alles sehr intim Doch du musst auch uns verstehen Würden wir's nicht weitergeben Würden wir nicht überleben Sag mir wie du heißt und ich sag dir wann du scheißt Wen du dann auf Tinder likst und dass sie sehr gerne reist Das ist alles sehr intim Doch du musst auch uns verstehen Würden wir's nicht weitergeben Würden wir nicht überleben Auf OkCupid schreibst du Kinky, trotz Christ mit Lieblingsgenre Indie Du liest Fichte und magst frisch, schreibst deine Bio als Gedicht Dein Handy lag für alle Fälle, beim Plenum in der Mikrowelle Standortzugriff, vielen Dank, das kommt in die Datenbank Sag mir wie du heißt und ich sag dir wann du scheißt Wen du dann auf Tinder likest und dass sie sehr gerne reist Das ist alles für ein Team, doch du musst auch uns verstehen Würden wir's nicht weitergeben, würden wir nicht überleben Singin' that story, ich mach mein Ding, ich feier den Weg Life is a game, West-Berlin, Feminin, Live-Short, Download-Bumble Wer ist schon gerne einsam? Sag mir wie du heißt und ich sag dir wann du scheißt Wen du dann auf Tinder likest und dass sie sehr gerne reist Das ist alles für ein Team, doch du musst auch uns verstehen Würden wir's nicht weitergeben, würden wir nicht überleben Sag mir wie du heißt und ich sag dir wann du scheißt Wen du dann auf Tinder likest und dass sie sehr gerne reist Das ist alles für ein Team, doch du musst auch uns verstehen Würden wir's nicht weitergeben, würden wir nicht überleben Das war's für heute.